So, jetzt wird die Glocke hier angehängt. Und hier ist die Glocke hier... Stattel, Kurskopf, Kurskopf. Brauchst du den Leiter? Ja, du hast den. Ich hab ihn ja, ne? Dann brauchen wir einen Leiter für ihn. Dann machen wir den. Dann gehen wir den Balken, den Lecken. Jetzt können wir mal das abnehmen, weil das gelbe Sand holt jetzt hier. Und sie schwebt. Moment noch, anschlagen noch. So, wir kommen durch Holland. So, jetzt wird die Glocke noch angeschlagen, bevor sie auf den Turm kommt, an ihren Bestimmungsplatz. So, jetzt schlagen wir Sie an, liebe Michael, und hoffen, dass Sie einen guten Platz in unserem Turm finden. So, jetzt machen wir es so hin oder einfach so rein. So, jetzt machen wir es so hin. 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 Der Stifter und der Künstler, der Gestalter der Glocke. Professor Nihal Ungetüm und Roland Martin. So, jetzt machen wir es so hin. Und jetzt kann die Glocke dann hochschweben. So, jetzt machen wir es so hin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und sie verschwindet an ihrem Bestimmungsort, wo sie wohl aufgehoben ist und zukünftig für unsere Gemeinde und für unsere Stadt ihre Stimme erscheinen lassen wird. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020